Und setz das Muster weiter. Mach mal einer bitte den Baum da weg, dass wir... Kann ich auch selber machen, ne? Oder auch nicht. So, du... Zip. Ah, es ist... Puh. Eine Menge Strecke. Eine Menge Lasertürme, eine Menge Mauern. Aber gut. Äh, so. Jetzt einmal drehen. Und der eine Baum ist im Weg. Weg, 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 weg. So, und... Da. Und da ist schon der andere. Also schon ist gut. Wir haben hier jetzt ganz viele Sachen, die aufgefüllt werden müssen. Und die Roboter werden das Querbeet auffüllen. Das heißt, wenn irgendwo mal hier jetzt der Angriff kommt, in den nächsten 15 Minuten, könnte es echt eng werden. Das heißt, ich sollte den Profiler noch drin lassen. Warum seid ihr so langsam? Strom? Strom ist okay. Energy 0J. Ah, die haben kein Ruhrport hier in der Nähe. Okay, warte. Wir hatten... Genau, da ist noch ein Zweiter. Baut den mal... Hier so hin. Hat keinen Strom. Die Abdeckung ist nicht perfekt da hinten. Aber eigentlich müsste es ins Kupferfeld rein. Das will ich nicht. Muster kurz verlängern in die Richtung. Steht bestimmt falsch, oder? Äh, oh. So, nimm, 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 nimm den da. Hau den da hin. Damit sie sich hier auch noch aufladen können. Genau, und die macht die erste schon in Kauf. Und das geht ziemlich flott, ja. Ja, sehr schön. So, Mauern werden gesetzt. Da kann ich aber auch ein bisschen mithelfen. Gerade hier die gelbe Mauer. Da laufe ich jetzt einmal so durch. Bewege ich jetzt schon mal ein kurzfristiger Schutz da. Einmal kurz nom nom. So. Fertig? Fertig. Hier sind schon überall Lasertür und hier sind gar keine. Ja, ich sag ja, das... Oh, oh. Lasertürme? Okay. Glück gehabt. Mehr Lasertürme bauen. Aber ja, Glück gehabt, dass es nur große Beißer waren. Und nicht die anderen, also die Berserker und Elder und was weiß ich. Genau. Füttern, füttern, füttern. Reparieren wäre auch nicht schlecht. Wobei die nicht so viel Schade angerichtet haben. So, damit sind meine Mauern leer, was die normalen angeht. Gehen wir Mauern setzen. Ganz schnell, bevor der nächste Angriff kommt. Weil ich habe jetzt nicht mal eben 20 Lasertürme auftaschen, die ich hier schnell hinklatschen kann. Oder? Drei habe ich. Drei ist jetzt nicht ganz so viel, aber okay. Wisch, 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 wisch. Gut. Darf ich hier jetzt ja schon Roboterabdeckung haben? Könnte ich jetzt schon anfangen mit den Mining Drills. Ich habe einen. Bau mal... Die Türme kurz weg. Brauchen wir kurz fünf Mining Drills. Das sollte recht schnell gehen. Währenddessen hier schon mal... ...überall Strom hin. Und danach wieder Lasertürme. Wie, 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 wie. Ja, das Piepen werden wir jetzt in den nächsten Folgen haben. Bis zum Ende. Das Piepen geht es nicht mehr wegzudenken. Aber ich finde das, ehrlich gesagt, recht putzig. Dieses Roboterpiepen. Achso, du kannst da mal weg und du kannst da mal weg. So. Lasertürme. Teile meine Lasertürme jetzt auf. Da, wo gar keine sind. Wobei, einen Laserturm könnte ich mir auch schon fast sparen. Das kriegt nichts kaputt. Das war, wir können jetzt aber den Block hier hinten weg machen, ne? Ja. Du kannst einmal komplett... ...das hier abbauen. Warum wurden die Leichen dann hier abgeholt? Achso, weil das eine normale Kiste ist. Ja, bitte. Mach aus der Kiste mal eine große... ...Stopp. Große aktive Provider-Chest. Damit das alles ausgelagert wird. Nehmt die Mauern hier bitte weg. Damit ich hier besser durchlaufen kann. Da kommen sie. Gut, gut. Achso. Kurz den Laserturm abbrechen. Laserturm wieder anfangen. Mauern wurden weggetragen. Flup. So, jetzt werden die ganzen Leichen irgendwo einsortiert oder weiterverarbeitet. Oh, ich klaue euch mal. Oh, stimmt. Item-Kollektoren muss ich auch noch überall verteilen. So. Oh. Und ich hätte noch ganz gerne Strom. So. Haben wir noch eine von den... Ja. Storage-Chests. Hau die mal hier drunter. Und eine... ...so eine Kiste. Damit ich gucken kann, wie viele Roboter wir haben. 370 Roboter. Und alle sind beschäftigt. Dann macht das gar nicht so viel Sinn, wenn ich jetzt hier noch mehr Ding ins Hinhaue. Ah, da kommen die Laserturm. Ist ja gut. Aber ich kann hier schon mal die reinwerfen. Ich kann auch noch hier noch ein paar von den Mauern reinwerfen. Ich könnte Schettinenmauern irgendwo aufbauen. Wüsste ich jetzt gerade nur nicht, wo. Ne. Also gut, wir müssen uns jetzt darauf konzentrieren, dass SkyNet besser arbeiten kann. Damit wir mehr Roboter haben. Also an die 500 Stück. Und dann erst lohnt es sich hier irgendwas auszubauen. Das heißt, ich mache mal einen Trip durch die Basis und gucke, ob ich irgendwo irgendwas abschalten kann, was zu viele Ressourcen frisst. Das Ding ist aus. Die Dinger sind alle am Laufen. Ich sollte gleich mal Eisen im Auge behalten. Das hier muss alles laufen für die Forschung. Stahl ist inzwischen auch wieder da. Das ist gut. Die Dinger hier machen fast gar nichts. Stahl wird weniger, aber hält sich. Kisse sollte voll sein. Ja. Kupfer ist mau. Eisen wird mauer. Anfang der letzten Folge hatten wir noch 4K jeweils. Das ist nicht gut. Nicht gut. Also ja, ich verbrauche auch durchgehend sehr viele Ressourcen. Dessen bin ich mir sehr wohl bewusst. Also ich baue ja durchgehend Lasertürme. Und die Roboter füttern mich immer wieder nach. Ich denke mal, sobald das aufhört, könnte sich das auch wieder einigermaßen stabilisieren. Und den haben wir jetzt schon eine ganze Menge. Das andere wollte ich auch noch automatisieren. Ich muss bald einen riesigen Wald irgendwo hinbauen. Ja, irgendwann nicht. Boah, ihr seid jetzt schon wieder voll. Ihr seid doch krank. Ja, mach mal hier halbe Ärmchen hin. So. Und bauen noch ein, zwei halbe Ärmchen. So. Da. Wir können einfach hier auch noch Kisten hinhauen. Das wird langsam ein wenig viel. Ne, lass mal. Ich bekomme das hier durcheinander mit den kleinen Klümpchen-Dingern da. Und ne. So, die sind jetzt hier voll, oder? Ja, die sind voll. Okay. Wo ist meine Schrottlitte? Da ist meine Schrottlitte. Ich vertraue jetzt den Zuschauern. Die meinten, wenn ich Kisten zerstöre, ist die Inhalt weg. Kiste ist kaputt, Kiste ist kaputt, Kiste ist kaputt, Kiste ist kaputt. Da wäre noch ein paar andere Sachen beschädigt, aber das ist okay. So, und jetzt hätte ich gerne noch Eisenkisten. Da. Okay, Stahlkisten waren es. Da. So, jetzt sollte das auch schnell wieder noch alles weggenommen werden. Trotzdem haben die hier ihre Probleme. Ich bräuchte die noch schnelleren Fließbänder. Die da. Okay. Stell mal davon ein paar her. Dann mache ich eine halbautomatische Fabrik. Also eine Fabrik, wo ich die roten dann reinschmeiße. Und dann macht er mir blaue draus. Das heißt, nimm mal Loop von hier unten. Bring die nach da. Schmeiß hier eine Fabrik hin. Keine Fabrik, keine Fabrik, Bauernfabrik. Da, du stellst jetzt her, die da. Die hier fehlen Zahnräder. Und rote Fließbänder. Da. Das Ganze machst du bitte schneller. Oh, es geht ganz schön flott. Oh, Zahnräder sind alle. Ähm... Ja, eine so eine Kiste. Da hinten du nimmst bitte... Was? Nee, nicht Provider-Chest. Du solltest da eine blaue Chest hinhauen. So. Äh, du willst bitte immer haben. Zahnräder. Und ein Stück. Und ein Ärmchen bräuchtest du auch noch. So. Und den Rest schmeiße ich halt immer von Hand rein. Du da, du da. So, das könnte doch eigentlich schon reichen. Ich brauche die ja nur für den Bereich hier vorne. Dass die möglichst schnell da hinten hingebracht werden. Also ab hier so. Boah, ist ja nochmal ein ganzer Schwanken schneller. Wisch. Gut, 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 gut. Also darf noch ein paar mehr und dann haut das hin. Äh, eine Kiste zum Ausladen. Ja, warum nicht? Da hin. So wird auch mal das ganze Loot-Bekind verbraucht. Das ist auch gut. So, ich gebe mir das da. So. Dadurch haben die Amps jetzt noch mehr Probleme. Es werden wahrscheinlich wieder Knödelchen durchkommen. Aber das wird ja nicht hier hoffentlich abgefangen. Da, 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 da. So. Wie schaut es jetzt aus mit Kupfer und Eisen und Co.? Eisen ist bei 2 runter. Kupfer ist immer noch bei 60. Da hat sich nichts geändert. Gut. Wie geht's, Skynet? Das wollte ich ja eigentlich machen, bevor ich hier zum nächsten Mal mit irgendwas abgelenkt wurde. So, Skynet, du. Du hast immer noch nicht genug rote Chips. Die roten Chips kamen von... Da. Du hast keine grünen Chips. Warum hast du keine grünen Chips? Die sollten von... Wie... Was? Die grünen Chips sollten von hier kommen. Du hast kein Eisen. Warum hast du kein Eisen? Weil es alles hier schon verbraucht wird. Es kommt nicht genug Eisen unten an. Okay. Da ist ein zu langsames Ärmchen. Wenn man hier schon aufquere, reca więcej mal. Bis zum nächsten Mal. Allesin idea. Bis zum nächsten Mal. mittelt있 회 Pharm quedaBuff. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ist das unica per setmelig. Besonders gut soised. Bis zum nächsten Mal.